Willkommen zu Life is Strange 2 Episode 3 und ich und meine Community haben schon sehr lange darauf gewartet, wir werden es jetzt zusammen durchspielen. Die Entscheidungen lasse ich teilweise meine Community treffen, ihr könnt gerne in die Kommentare eure Theorien und sonstiges aufstellen, würde mich sehr freuen. Und genau, würde ich sagen, fangen wir an, lasst einen Daumen nach oben da und schaut gerne in die Beschreibung, dort findet ihr alle anderen Teile und los geht's. Es gab zwei Wolf-Brothers, in ihrem Haus mit ihrem Papa-Wolf. Sie alle lebten glücklich zusammen, aber ein Tag, die Hunters entfernen ihren Vater weg, für immer. So, jetzt die Brothers waren allein, und sie mussten finden ein neues Haus. Das ist dann, dass der Großbrother Vater herausgefunden hat, dass der kleine Wolf nicht ein ordentlicher Wolf, sondern ein Super-Wolf. Und dann, sie zusammenarbeiteten, um zu lernen, wie er seine Macht hat, und zu folgen die Regeln für sie. Sie herausgefunden haben einen secreten Geheimen, wo sie trainieren, Tag und Nacht. Und dann, sie waren glücklich. Aber der kleine Wolf, wurde sehr schwach, also sie mussten weitergehen. Auf der Weg, ein Predator schrecklich hat sie. Aber der kleine Wolf hat es, mit seiner Macht. Herr, sie wollen sie zurückgehen. Herr, sie wollen sie zurückgehen. Sie haben sich um die Höhne von ihren Ancestoren nach. Um zu helfen. Man hat es gerade meine Hauptforszen, die Autos an, die Höhne von ihren Kosten zu bekommen. Sie hatten die Höhne von ihren Ancestoren durch. Die alte Wolf haben sie andetisch gezeigert, sie sogar auf die Hilfe genommen haben. Sie hatten es sehr froh, ein warm,ņ stallHow zu essen. The little wolf even made friends with the raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them, but the tiny raccoon helped the brothers escape and almost got hurt. Die Brüder hatten nicht mehr, wo wieder zu bleiben. So haben sie entschieden, zu weit weg zu gehen. Zu der distanten Home-Land ihrer Papa-Wolf. Tschüss. Wählt mit Bedacht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Untertitelung des ZDF, 2019 Der Part ist ab 18, weil in diesem Spiel Drogen vorkommen. Das klappt Redaktion des ZDF, 2019 Der Part ist ab 18, weil in diesem Spiel Drogen vorkommen. Keine Worte an. Du kleine Scheiße. Daniel! Das ist doch irgendwie ein Throwback, oder? Weil... Ja, ist ein Throwback. Also eigentlich sind wir da gerade gar nicht, aber wir sind gerade wieder in der Vergangenheit. Ach ja, Leute, Schule ist doch was Feines. Sehr geehrter Manager. Mein Name ist John Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem GPA-Notdurchschnitt von 3,5. Mrs. Callisto und Jugendzukunft-Projekt hat mir ihr Geschäft in ihrer Abteilung empfohlen. Ach so, ist eine Bewerbung. Oh Gott, da haben wir voll viele Fehler drin. Ja, Leute, so läuft das nicht. Stimmt, da kann man schon mit 16 fahren. Voll früh, ey. Mittlerweile kann man ja auch hier in Deutschland mit 17 ein Führerschein machen, da warst du mit 16 schon, wenn die Eltern dabei sind. Mit 16, ne? Aber da müssen... ...in Begleitung eines Erwachsenens. Aber finde ich eigentlich ganz cool, weil dann lernt man schon. Oh, süß. So sollte es Zeichnung werden. So, gehen wir da mal rein. Die weißen Punkte, das ist die Sonne. Durchsuchen. Ah, 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 das macht man aber nicht. Ach, ich muss ihn ja suchen. Süß. Sieht aus wie das Fortnite-Dietty. 16 bis 16,5. Ah, okay. Eine Zeitreise, ja. Eine Zeitreise, ein Geschenk. So, wo ist der Kleine? Ach, es ist die Mutter. Die Mutter. Aha. Schaut mal an, Leute. Oder? Ja, es ist die Mutter. Das erste Mal, als wir die Mutter sehen. Der hat doch auch irgendwas auf sich, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Das Ding ist so cheap and ugly. Mann, hat der steife Nappel. Nippel, du. Ich liebe es. Was meine Theorie ist, das sage ich euch jetzt schon mal, wegen der Mutter. Ich habe das Gefühl, weil die Mutter ist ja abgehauen. Und ich glaube, dass die Mutter nämlich die gleichen Kräfte hat, wie der kleine Junge. Und deswegen ist sie abgehauen, um ihre Kinder und Familie nicht zu verletzen. Was macht er mit all dieser Krab? Du willst nicht wissen, warum da leere Toilettenpapierhüllen liegen. Nein, er ist noch zu jung dafür. Ich wette, der versteckt sich hier irgendwo. Oder hier. Toasty. Vergesst Toasty. Passt gut, weil ich auf dem Harpen Life is Strange Zug war. Ach süß, ich auch. Die lassen sich echt Zeit, ne? Ups. So, jetzt muss ich den kleinen suchen. Könnte er denn sein? Bestimmt hier, wo die Tür offen ist. Safe call. I would have been pissed, if I was there. Hallo Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freunden und ihrer Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party, also hätten Sie einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Außerdem haben wir diese Flasche nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben Sie einen Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Die haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren. Also im Spiel geht es auch sehr viel um Rassismus. Und ja, diese Nachbarn kennt ihr sicherlich auch alle. Ich hasse sie. Mögt ihr eure Nachbarn eigentlich? Also ich habe jetzt nette Nachbarn, aber früher hatte ich richtige Rassisten. Ist das ein Horrorgame? Das ist mein Wecker. Geht so, geht, geht. Hau dich selbst, Kopf waschen. Geht's goofing around, Dad. Ich versuche. Er hat es angefangen. Er hat immer immer schmerzt. Er ist total lieb. Ihr little... Enough! Du musst beide hören, denn ich bin zufrieden, okay? Das ist mein Haus, auch. Nicht dein Spiel. Du hörst mich? Jeez. Ihr seid meine letzte Nerve this week. Du bist okay, Mijo? Ich werde mit deinem Bruder sprechen. Du kennst den Drill. Bedrohung und keine Spiele. Ich habe nichts gemacht. Aha. Lass uns reden. Jetzt. Das ist so stupend. Ich werde erst mal aufs Maul. Das ist Bullshit. Okay. Du hast wirklich das Buch eine Lässe. Du bist fertig? Hm? Whatever. Like, you're gonna believe me. Daniel ist immer richtig. Look. Please? Listen, Sean. Ich kann das auf mein eigenes Leben machen. Ich... Ich kann nicht. Ich brauche Sie, um mir zu helfen. Ich weiß, dass du nicht willst, Daniel. Du wirst, du wirst, du brauchst mehr Platz, mehr Freiheit. Ich verstehe. Aber wir sind ein Trio jetzt. Und du musst dir ein bisschen Verantwortung nehmen. Das kleine Scheiße ist nur ein Kind. Du bist fast ein Kind. Du bist fast ein Kind. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Und ich schaue ihn auf ihn. Ich schaue. Aber er ist ein Kind. Aber er ist ein Kind. Aber er ist ein Kind. So war du. Und du hast acht Jahre zu sein, bevor du mit deinem Bruder spielst. Ich weiß, dass es ein Kind ist. Mit deinem Bruder spielst du mit deinem Bruder spielst. Aber wir müssen uns ein guter Models für ihn sein. Er ist ein Diaz. Right? Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich versuche, dass du super, bro. Just versuche, dass du da für ihn bist. Wie du jetzt bist. Das ist mein Kind. Ich bin late für Arbeit. Geh, mit deinem Bruder spielst du mit deinem Bruder spielst. Wir gehen in den Filmen, wenn ihr nicht das Haus verbrechenst. Ich weiß, dass du das liebst. Oh, so arm, Mann. Der ist ja tot. Hallo, Proud Gnu. Grüßt euch alle. Hat Daniel einen epischen Sieg? Gute Frage. Muss ich mich jetzt bei dem entschuldigen? Ich träum doch, oder? So ein Foto darf man niemals machen. Muss immer frontal in die Kamera gucken und darf nicht lachen. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Ich mag aber die Synchronstimmen. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited. How did I get Lila to talk me into this shit? Ach, ein Chatverlauf. Ohne mich Hausaufgaben, so ein Schwachsinn. Ach, das ist doch sehr scham. Razzia, nur für den Fall. Ein andermal. Es gibt keinen anderen Ausweggeburtstagskind. Geh ans Telefon! Der Satz muss natürlich von der Frau kommen. So. The Failure Guests. Ich mach mal mein Huxi hoch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich muss immer unbequem da sitzen, um Dinge zu spielen. So. Wo sehe ich nochmal meine Aufgaben? Wahrscheinlich muss ich jetzt bei dem entschuldigen, oder? Ich träume von Toast. Ach, Toast sind schon was Feines. War das ja nicht sein Zimmer? Kann ich kommen? Es ist der große, schade Bruder. Nein! Bleib raus! Ich sagte nein! Geh raus! Alles klar. Ich höre nicht. La, 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 la. Ich höre nichts. La, 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 la. Muss ich mir wahrscheinlich irgendwie überreden, mir zu reden, oder? Also, äh, Fortnite. Ach ja, Kinder können ja so entspannt sein. Ich glaube, er träumt das. Er muss das träumen. Sorry, du Waddle. Boah, die Zicke. Okay, wenn ich schaufe. Also, warum hast du das geschafft? Das letzte Mal. Vater sagte, ich sollte... lernen, zu tun, zu tun, zu tun, von mir selbst. Denn... du bist nicht so weit weg. Hey, komm mal. Es ist nicht so, ich gehe nach Hause. Dinge, die ein normales Kind nicht sagt. Hier, sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one. At the thrift store last week. But you forgot. Like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Da passiert doch gleich wieder eine Katastrophe, wenn die jetzt so was machen. Wenn die jetzt so aufbauen auf heile Welt, passiert gleich wieder irgendwas ganz Schlimmes. Sodass wir alle denken... Machen wir noch ein bisschen mein Licht dunkler. So, viel besser. Ich leuchte so. Shine bright like a diamond! Magst du Twitch-Pop-Out abschalten? Da schleicht sich immer wieder ein lila Kästchen ein. Was meinst du? Jetzt sind sie wieder im echten Lebenswarntraum. Oh, guck mal! Und wir haben Sommer. Wie lange sind die schon unterwegs, ey? What the fuck... Ein Bär? Mal lesen, Hund. wie schmutzig die armen der hund kann ja nicht mehr sterben hört auf mit es nachzutragen deswegen den die rückblende noch mal zu zeigen wie abgefuckt die jetzt mittlerweile sind bieber creek was haben wir denn schon alles dabei ist dämonenblond ich achten so eine betale hier ist eine zeichnung dennis zeichnung super schauen ich glaube es ist endlich mal warm wir sind nicht mehr im winter das ist schon mal gut hallo alle die da sind ich hoffe euch geht's gut süß tauschen hat vollbildern ja interessant gut zu wissen da freuen sich die knus wo ist sein bruder keine ahnung suchen wir jetzt ist der hund ach sind wir jetzt bei denen von dem never seen a dog so chill ach sind wir jetzt bei denen die wir damals auf dem weihnachtsmarkt getroffen haben yeah like you don't get bad enough around here die perversen sind auch der brüste titten erst mal kaffee ziehen leute was sind wir überhaupt Achso, wir arbeiten hier, hm? Ach, machen wir hier irgendwas Illegales? Das ist doch Crash aus dem Blick auf sie Kann man die Ollischer Bracke sich endlich was anziehen da hinten, Mensch? Die triggert Heute Abend bin ich, genau, Aufgaben Camp, Eimer reinigen, Abwasch, Lebensmittel einkaufen Also es ist hier eine Art Camp und wir arbeiten Wahrscheinlich irgendwas Illegales, gehe ich mal davon aus Ich zeichne erstmal Die Ingrid Ich frage mich halt echt, wie die so lange unentdeckt bleiben können Es macht voll Spaß, es ist richtig cool gemacht Die gute Ingrid Sehr schön Ja, wenn Zeichnet doch nur so einfach wäre Kommt bald neuer Merch, wie kommst du denn darauf? Ja, da kommt was ganz großes, Leute So, interessant Ein riesiger Mammutbaum Wo ist unser, 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 unser Sohn? Ich meine, unser Unser Bruder Unser Zelt Unser Zelt Ich geh mal runter Als großes ist gut, dann passt mir der Merch auch mal Ja, ach nein, Törtchen Meine Mama ist auch Ingrid Achso, ich muss Daniel suchen, alles klar Daniel, wo bist du? Wo sind wir überhaupt? Irgendwo im Dschungel? Outlaw Oh, ne Dusche glaub ich wär nicht schlecht, oder? Oh, ich liebe die Life of the Strange Musik, die ist so schön Wahrscheinlich sind wir gesucht, oder? Ja, ach, heute sind alle, werden alle gesucht hier, oder? Ah Wahrscheinlich ist der im Lake, Safecall ist der beim Lake Was sind wir denn hier? Unten beim See wurde gesagt, ja, ah Trinkst du Level Up? Äh, ne Wieder dieses Kästchen mit Twitch-Werbung Was für Kästchen mit Twitch-Werbung? Ich ahne Böses, jetzt schon Ich ahne Böses, jetzt schon Oh, er wirkt sehr pisst, also der Kleine hat ein Problem mit uns Und ich hab so das Gefühl, dass der Große, der rechts kein guter Einfluss ist und ich hoffe, der kriegt nichts von den Kräften von denen mit Wow Finn trained you well Six Bull-Sized dude Yeah I got better Lucky You can't throw a baseball without hitting me in the nuts How did you learn to aim so good? Not true, liar You're the one who sucks at baseball Yeah Yeah Right Hey Wow What's up with you two? I shoulda let you know, but I'm watching him like a hawk Uh oh Uh oh Uh oh I'll take a shot Oh oh Da bahnt sich was an, ja Ihr habt's schon richtig geahnt, ich glaube auch Oh Gott Oh Blam Right between the fucking eyes Damn Oh ho 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 Oh Did you guys escape from some circus? Hmm That was just luck Seriously, that shit was off the chain One time is luck Second time is skill Oh, ist das cool Ich lade den Stream auf jeden Fall auf YouTube hoch, Leute, ja Nein! Scheiße! Ach, er hat's boykottiert Er hat's boykottiert Oh Ich hab ne Ahnung, Leute Ich hab so ne Ahnung, Leute Ich glaube, dass es passieren könnte, dass er auf mich losgeht und wir gegeneinander sind, ich hab so ne Ahnung Daniel Daniel I can't believe you cheated What? What do you mean? Come on Don't play dumb You're showing off in front of Finn You want him to find out? Finn is cool He wouldn't tell anybody You don't know that You're gonna get busted, Inanu You need to listen to me Stop calling me that Stop calling me that I'm not a kid anymore Daniel, don't Why? See? Stop, Daniel Now Or what? I said stop, Daniel Don't Stop calling me I'm sorry I didn't mean to be that hard I'm okay It's fine I told you You're Good But you don't have control over your powers yet Yeah But We stopped training since we got here You'd rather Hang out with your new friends Well Because we need to fit in if we want to keep that job Okay? But you're right Let's um Do some training later today Cool? Yeah Let's go by the late again But Sean How long are we gonna stay here? It's been like a month I know But We need more money to get to Portolos Remember It's gonna take forever You should Try and fight mom Since we have her letter now Hmm, it's already Oh oh Off these kids Hello Poxo Poxo We already had this conversation Sorry Daniel But we can't We don't even know where Karen really is And we can't risk getting caught We're looking for her She's One of the reasons we're out here That's why We're going down to Mexico How come I never get to choose? I'm the one with the power Ich bin der Erwachsene Dude That's how it is I'm the adult now Okay? Yeah, well That sucks Finn treats me like an adult He understands Uh oh Big Joe Big Joe Big Joe Leute ihr entscheidet Nach der Uhr fragen Nichts sagen Ihr dürft entscheiden Das ist eine wichtige Entscheidung Wenn das Fenster kommt Dann Müsst ihr entscheiden Hallo Jonas Kannst du das bitte hochladen? Definitiv werde ich das hochladen, Leute Auf jeden Fall Okay, Uhr fragen, Fragen Die meisten sagen Fragen Fragen, 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 Fragen Uhr, okay Also die Community entscheidet Wir sollen nach der Uhr fragen Dann machen wir das doch Okay Voll die Kinderarbeit, Mann Ich glaube, Riux, der Zusammenheim kommt noch Ich glaube, später ist es wichtig Dass wir die Info haben Oha, wie er sich verändert hat Folge Also in der Folge geht es glaube ich darum Dass wir uns irgendwie voneinander distanzieren Und andere Menschen gefährlich werden Weil er ja seine Kräfte nicht untertitelt hat Weil er ja seine Kräfte nicht untertitelt hat Okay, die ganze Zeit dieser Finn Und bestimmt jetzt der Finn auch einen Arsch Und nutzt es aus Oder kriegt es raus Und nutzt dann die Kräfte für seine Zwecke Das wird glaube ich noch Die Folge wird glaube ich übel werden Oh Wie gesagt Wie gesagt an alle die irgendwie Termine haben Ich lade das heute direkt hoch Ihr habt es dann morgen früh auf dem zweiten Kanal Wenn Mushroom noch dabei wäre Vergiss Mushroom, der ist tot Achso müssen wir da arbeiten gehen oder wie? Kinderarbeit, Mann! Uh oh Wollen wir uns hier sitzen? Natürlich Warum so ernst Uh Nichts Nur Gedanken Cool Ich bin immer über meine Stadt Jeder hier? Das ist nicht ein fucking Schuhbus Wir sind los Ist es nicht die vom Weihnachtsmarkt Und war die nicht zufällig mit dem Typen zusammen Der sich gerade an unseren kleinen Bruder so ranschmeißt? Also jetzt nicht in dem Sinne ranschmeißen, aber Hallo an alle Gnus, ich hoffe euch geht's gut Irgendwie ist es doch weird Wetten sie macht sich an ihn ran Der andere ist eifersüchtig und zieht den kleinen Jungen auf seine Seite Irgendeine crazy Scheiße passiert doch wieder Irgendwas crazyhaftes geht doch wieder ab Ja oder? Ja das waren die, ich wusste es Irgendwas passiert doch Die Scheiße, ich glaube die Kacke ist am Dampfen, Leute Dankeschön Red Bull für dein Hau Stie Hau Stie Ich glaube die Folge wird heftig Was? Ja Ja ich bin Ja ich bin Die Party Oh shit Too viel Sex, Leute Too viel Sex 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 Ich war's Ich zeige dir die Battlezone Ich zeige dir die Battlezone Du bist so high last night Ich zeige dich Cool Nah Ich bin einfach nur ein Augenblick Ja Big Brother watchin' Hey Wer ist die Nachtmacht? Das ist die Nachtmacht? Das ist die Nachtmacht Hast du die Nachtmacht? Das ist die Nachtmacht? So How do you feel? Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits I actually feel free It's been a long time Thanks to you I hope so Been to me Been to me? Had to bet how long you would last? Okay Please don't hurt me I lost Thanks I'm glad you did Can't get rid of me yet Hey! How about shut the fuck up back there? I can't hear my music Guess what? He was on his secret sat phone again this morning Speaking Romanian and shit Oh no Here it comes He's aging 420 And he has a license to cook Um What's that? Told you a thousand times Big Joe is a clone Who? They come from the factory of Silicon Valley Maybe he's just the factory reject He's just a goon guys Bet he worked for some gang Must have been something bad to end up here Duh Boring Yeah Boring Shit You're all in love with Big Joe You can't stop talking about him I swear But his ass is too big Ha 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 Right on Come on Ha 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 Yeah It's kind of a mystery Hey Pipe down back there Enjoy the scenery for a change for fuck's sake What the fuck? Ah Sibel Zwiebel heute nicht heulen Wette Was Ich soll heute nicht heulen Okay wir wetten Leute Wenn ich heule hab ich verloren Okay Danke Red Bull Life is Strange Episode 3 Wastelands Ich ahne in dieser Episode Böses Und dieser Bart Und dieser Bart Und dieser Bart Oh shit So tired Yeah Me too Let's try to go to better earthy stream okay? Yes Please And no wheat Eingreifen, nichts tun, ihr entscheidet, oh mein Gott wie wird das ausgehen? Ohhhh Ohhhh Ihr entscheidet Eingreifen Oh Gott nichts Eingreifen, eingreifen, nichts Ja Eingreifen, eingreifen, nichts 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 Einfach nichts tun, eingreifen, nicht Eingreifen Eingreifen Okay nichts Okay nichts Okay nichts Eingreifen 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 Girls gotta sit on their asses while the males are outside Yeah right on Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp Hey You wanna trade places? Shut up Daniel You got a deal kid Yeah I get to go outside Hey You guys still don't get it This is work, not a goddamn summer camp You're not special No There are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town Kid Your dad should teach you to shut your mouth Finn You better watch your guys Of course boss No problem Okay so move it Yeah You heard the man Stop fucking around and get in your teams Alright Hold up You and me are gonna talk Uh oh Remember I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word I know We really appreciate it Thanks Yeah yeah no ass kissing please Just watch out Next time your brother fucks up You're both gone ASAP Look I'm not trying to bust your balls But this is a pot farm and he's a fucking kid Yeah That stimmt You hear me? Totally Thank you again Didn't you hear me? I don't speak kiss ass Sorry I'll keep him out of the way You better This business has enough shit already Oh I'm Gonna Go check on him then How old is he anyway? Oh Uh Nine He's nine years old Geez Tough age Gotta keep a close eye on them Not my business but You got kids? Yeah A daughter Twelve years old Do you Do you get to see her? Not often But she needs the money I get out here Okay I'm not your buddy Get the fuck out of here I got a lot of work to do today Alright Thank you Hallo an alle Gnus Oh oh das wird ein böses Ende nehmen Leute Uiuiuiuiuiui Tschüssi Zosta Hey You okay? Now for the fun part I need this all done by tonight No excuses So? Get on it Alright we good? Eh Finn is playing boss with his crew I told him they'd all work late if they didn't finish on time I hope so Okay I gotta make some calls Well? What are you waiting for? You know the drill What? Dude This sucks ass I feel like I'm in prison Shhh Meryl almost kicked us out because of your big mouth What part of Lalo don't you get? You shouldn't even be here Sure I read you wish I wasn't here Oh stop I can tell You know exactly what I meant Well I feel you Daniel Sometimes I get stir crazy in here too Look I know you guys are having the time of your life here But I'm not So shut your mouth And give me some quiet For fuck's sake Okay? Oh wow You stick around then None of your damn business But I'd be long gone if I had the chance Trust me Alright man Oh god ey Das ist so ne Pampa scheiße in der wir grad sind Oh 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 Ich glaub wenn ich jetzt verkack gibt's richtig Ärger oder? Wie lahmarschig ich bin Was muss ich denn überhaupt machen? Ich kenn mich mit Gras überhaupt nicht aus Oh 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 Ich glaub ich hab jetzt Zeitdruck und muss das jetzt richtig machen ne? Gott was ist denn das? Was mach ich denn da Leute? Was tue ich denn da? Als Kind lernen was fürs Leben Leute Als Kind lernen was fürs Leben Leute Oh Gott Leute Wie lange schnippelt denn an der Scheiße rum man? Ich bin so lucky Right? And then your arms fall off Fuck all that What the fuck? Huh? Huh? Hm? Ah, fuck this This game sounds bad man Oh, ich hab... What is it? You got work to do? Mind your own business Okay Was passiert denn jetzt? Whatever Mr. Trump We should clean my scissors They're a mess Oh nein ich hab legs What? You're playing mustard party? Jeez That's so cool I used to be on the scoreboard Cool I don't care Oh, Joseph Are you not on the scoreboard? Shut up You got work to do What the fuck? Was mach ich denn da? Ja, voll absurd, dass das Kind mitmachen muss, finde ich auch Das finde ich auch Das finde ich auch Ich würd den Kleinen halt nicht mitnehmen arbeiten Ich würds halt allein machen Sagen, er soll dann bitte chillen so lang Was mach ich denn da überhaupt, ey? Was mach ich denn da überhaupt, ey? Was mach ich denn da überhaupt, ey? Ja, Leute Gras-Simulator Wisst ihr was man da tut? My ass hurts Fuck, this is really boring Oh, poor baby That's the job Don't think, just work Okay Just Don't ask me to smile for the camera all day long I don't know We get paid to give haircuts to 91 Man, was soll ich denn die ganze Zeit machen, man? It's Kinda cool Yeah I'd rather view this all day than be in a stupid classroom Find das irgendwie voll verantwortungslos Ich auch Mega War noch ein, weil ich genug werde Damn, Sean We really need to do something about your hair What? What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hot in your pretty face I can't imagine I can't imagine I can't imagine Come on It's not that bad Just Just a mess Yes But worry not We've got everything to take care of it At the camp Yeah, yeah Hilfe, die macht mich an Wie viele von den Scheißdingern muss ich schneiden? Du schneidest da die Blüten ab Nur die Blüten der männlichen Pflanzen Ach so Amazing Maze, woher weißt du denn? Nein Spaß, dankeschön Okay, alles klar Ich schneid die Blüten ab Weil nur der Shit da drin ist interessant Wusste ich nicht Ja 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 Okay 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 Okay, komm Okay, komm Du willst nicht hier sein Gib mir einen Moment Ich kann nicht So was? So, ich kann mich ein bisschen drehen? Du wirst nicht verhörtert Ich versuche Was über Louisiana? Das ist wirklich so süß Ich kann mich aufhören mich abzumachen Ich finde die super ekelhaft Okay, Mann Ach Was ist das? Ja Check out the voodoo shops And the blues band Das wäre cool Bitch, bitch, bitch Nobody's making you babies work here No problem You guys are all the same Cool, let's be Trimmigrant Then you barely work for a month This is my life Come here for a sec What the fuck? Damn Can you folks put a lid on it? We got shit to do here Woah 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 Down Easy for you to take now, girl I feel like a prof Haha Some of us have to work Please I bust my ass like everybody else Uh huh Don't even You're always looking for an excuse You're always looking for an excuse Ooh, it's for 20 Hey Sean Let's talk Ow! My arm hurts Wah wah Get off my crack Hannah We've been stuck out here for two months I didn't come out to California to live on a fucking farm I want to see some water Are we gonna squat out here forever? Build a house? What? Stop! You know we voted to stay for a while Once it's legal We ain't got no more job here Yeah Woah Is for this kid, glaub ich, voll die Qual Ich wird da auch durchdrehen Hey How are we supposed to I'm just over this place Then go Ugh Take the fuck off If we're a family We stick together You're on the bus Or off the bus Hey Everybody chill Let's not get Sean step back This is our business Just grow up Cassidy Stop acting like a princess Thanks mom Anything else? Yeah But we don't have the time Did you fall out of the wrong side of the tent or what? Können die mal aufhören sich zu streiten, man? Oh, clueless Endlich Ja, Leute, man lernt ja nie aus, ne? Hahaha Marihuana Ist Nicht Gut Oh, das wächst mir durch den Zähne Durch den Fingernagel Hahaha Scheiße, ey What the fuck, man? Ähm Ich verstehe das irgendwie gar nicht Erst will der verantwortungsvoll sein Und jetzt Das macht keinen Sinn Das ist wirklich so Ich hab so das Gefühl, die distanzieren sich halt voneinander Cheer up, my little Sean Haha Trust me Is not as bad as you think Other farms in the area is just straight down exploit your ass You gotta be careful with those scissors They're sharp as fuck Yeah, no shit Oh, you'll get scars But you'll get it Part of the fun Ain't sexier But uh Later, Big Joe Smile, asshole So, did you have a good day at work, honey? Actually, kinda fun Kaz and Hannah cracked me up They're like sisters Haha, yeah They love to start shit with each other Then get high Short-term memory loss How was your day? Did you have one outside? Hm, nope Picked up branches and shit Got covered in mud Would not recommend Still sounds better than sitting on your ass all day I feel you, Sean As always That's why you're such a good fit for the family You totally hooked us up A job Cash Friends Safety John Everybody's cool with you two Daniel is your secret weapon I don't know He's way too young for this bullshit You gotta be zen about this The more you try and control him The less you have Deep, huh? I swear He acts just like me That's how I know he's smart And he's also got a kick-ass hermano Yeah, my brothers are like that What's your story? I don't know Maybe But he doesn't listen to me anymore Don't worry You're in a new group He's trying to fit in on something But you're doing it too Mhm Trying to be your own person Not just Daniel's big brother Sure But I try to be both, you know You're a good guy, Sean Diaz You just need to trust yourself more I know Losing your family is tough But The world is yours to Create a new one You know what I mean? Yeah I was pretty sheltered growing up But now I'm starting to totally love seeing the world Well Going to Mexico is the ultimate road trip If we make it there, dude Who knows It's pretty scary It is But You have time And a strong Gah Dammit Will To fame for name Sagt's, yeah Damit machen die sich noch viel mehr strafbar So ist es It will Be alright, Sean Don't worry Okay I find die echt eklig Find ich die einzige, die die eklig findet Allein, die da sitzt Mit ihren Weißen Beinen Hey Hey Hola Que esta señor? Bien, y tu? Estás ensayando para la voz? Uhhh Lo comprendo Don't laugh Still learning, professor At least you're trying Hey Am I bugging you? Never But Let me Finish this new song Before I forget it Don't let me get in the way Talk later She's so natural Oh nein, bitte nicht Nein, bitte Verlieb dich nicht in die I do love these trees Ancient and majestic So, Hannah How long ago did you come here to Hamburg for work? I like his accent 9 years I left Santa Fe Because it was hell No money Nobody Hitched north Worked on farms Learned how to trim Had to bail after some tweaker Try to attack me up in Arcata What? That is awful, Hannah I almost killed that fuck But I came back to Humboldt Because of Finn I had this sweet deal with Meryl It is nicer here than other places we saw Too many junkies and homeless They go together sometimes No home Get high No home Get high What the fuck else You gonna do on the street Clean it up We see so much trash in the forest around here California is very green But starting to look like shit Not everybody has time to fucking recycle or compost their shit Especially when you live off the grid We all should try It's everybody's planet too Sweden is not perfect But we try to be more eco-conscious We only have one planet I think you both are missing the point guys Hannah wasn't talking about the environment When you don't have any food or roof You're not gonna recycle or eat only organic Yeah who gives a fuck Taurus talking shit again Like you guys have it so hard We did not say that we did Tell me again how many hours you spent on a plane during your awesome trip around the world And then you come crying about hobos spreading garbage in the forest Good point Now you're here sponging off us trash On an illegal pot farm With a tourist visa Lecturing us Funny right? Hannah, I'm sorry We were not trying to lecture you We are grateful we found that job And that you let us stay in the camp with you guys I know We're cool Do you hate us now? You're funny Don't worry You'd know if I hated you All I care about is my family right here These three gutter punks The rest? None of my business Not used to peeling potatoes, huh? A lot of work I... Know how to cook Just... Not everything Yet Yeah, but you hate it You want a pizza Watch TV I can tell Like those kids who come through here all psyched And they have to bust ass And they're gone Ach so, die anderen sind jetzt quasi nur Tourists, die da mitmachen Alles klar Yeah, well... Thanks You have no clue who I am Or the shit I've been through I know, I know We all got scars of our own I just fucking hate bonies Too many here Krusty backpack doesn't make you one of us I know, that's not what I'm trying to do Last thing I want is to interfere with your group I'm not saying you can never fit I'm just letting you know how it is You can't be part of our family unless you open up This is a family too Not a pit stop Out in the wild Sharing is caring I hear you But my brother comes first Always That's good Josie, you're not a selfish prick That way too many Thanks for taking the time to talk, Hannah That's... Cool Yeah Anyway, I didn't mean to grill you, Sean It was a long day You really often been with Sibel and Asmine You're actually often with Sibel Also with Sibel Wait, look, don't you try Hannah's tough to figure out Don't fuck with her Can I tell, can I just stalking? Untersuching? Oh god One bong These guys know how to make a bong out of Pretty much anything And now I do too Oh Ach, irgendwas passiert. Es kommt doch ein Eifersuchtsdrama. Irgendwas passiert doch. Missing. Zuletzt gesehen, er benötigt medizinische Versorgung. War das nicht ihr Freund? Oder hat sie nicht den anderen als Freund? Und die werden dann... ...eifersüchtig und drehen durch. Oh Gott, das wird noch richtig ätzend. Das ist, wenn die Mädels ihre Tage haben, dann wird es nicht so geil. Es gibt ja auch eine Dokumentation in YouTube, was macht man, wenn man auf der Straße leben und seine Periode hat. Oh süß, das hilft ihm. Oh, das sind Eichhörnchen. Was ist denn mit dem Mädel, wenn die ihre... Achso, das habe ich gerade schon gelesen. So. Stromgenerator ist, glaube ich, jetzt gerade uninteressant. Mülltüten brauche ich jetzt auch noch nicht. Ich brauche jetzt den Waterton. Wo ist denn die auch? Da hinten. Du brauchst deinen Bruder dazu. Alles klar. Spielst du die Staffel heute komplett durch? Ja. Die gehen immer so drei Stunden. Am Stück. Also, Episode 1 und 2 findet ihr schon auf meinem zweiten Kanal. Die dritte kommt morgen. Dankeschön, Marv. Ach, und die zwei machen das hier freiwillig. Sind die doof? Ich dachte mir schon, weil die sehen mega gepflegt aus im Gegensatz zu den anderen. Die Welt ist gut, doch sie... Sie ist nicht schön. Die Dusche, aber überall duschen die auch. Ach. Ihr hättet aber ruhig mal helfen können, die Penner. Wo ist die verdammte Dusche? No, Funda, wie süß. Ich freue mich schon, euch alle zu sehen am 18. Mai. Ich bin gespannt. Das wird toll. Und nicht vergessen, trefft mich in Essen. Ja, das machen wir doch gerade. Sie hat aber eine schöne Stimme, aber ich finde sie einfach eklig. Hat echt eine schöne Stimme. Wenn ich was nicht kann, ist es singen, ey. Das wisst ihr ja schon. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Was würde denn passieren, wenn eine schwanger wird? Dann wird sie, dann kriegt sie ein Kind. Oh, Sand, wie süß ist das denn? Ich habe heute das megaschöne Ende vom A-Tag. Oh, Knutschi. So, das ist jetzt mein Bruder. Ich wollte doch mit dem jetzt trainieren. Voll das Inzuchtlager. So, wo ist mein Bruder? Der ist auf einem Wasser-Tonks. Natürlich ist er da nicht mehr jetzt. Aber mit dem wollte ich doch jetzt trainieren, oder nicht? Ich muss ja jetzt schon wieder hin. Ich glaube, ich gehe mal wieder zum Lake. Der Suchocrab war doch super. Scheiße, Mann. Also manchmal, also, ja. Trag ich mich, was habe ich mir bei gewissen Dingen gedacht. Ich kann auch rennen. So, hier ist er schon mal nicht. Ist aber voll schön, ey. Wenn so die Sonne untergeht, mega geil. Ach, da wartet er auch schon auf mich. Tschüss, mein liebes Teufelsrechter. Vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Dankeschön. Okay. Sweet. Aber kannst du es nicht ohne deine Macht machen? Na, du hast niemals geholfen, so... Ich habe meine eigene Technik. Auf der anderen Seite. Zuerst das Team geheult, zuerst das Team geheult. Na, erstmal die anderen aufmerksam machen. Okay. Jetzt, lass uns das machen. Komm schon! Warte. Zu viele Leute sind da. Lass uns den anderen Seite gehen. Ja, gute Idee. Eigentlich mal eine vernünftige Idee, Mann. Hallo Frozen, grüßt euch alle. Schön, dass ihr da seid. Ah, ich liebe diese Momente, wie schön und ruhig das ist einfach. Ja, muss er das jetzt quasi entfernen? Muss ich es ihnen sagen wahrscheinlich, oder? Sollen wir damit irgendwas machen können? Ah ja, hier war doch grad was. Da war doch grad was. Hier. Hey, kann man auch nicht rübersteigen? Duh. Duh. Kann man auch nicht rübersteigen. Man, du weißt, was du machst. Hey! 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 Wow, schön sieht das aus, man. Geil, da wär ich jetzt auch gern. Machen wir die Steine. Ich bin mal gespannt, wie wir den richtigen Shit machen, Mann. Was würdet ihr mit so einer Power machen? Ich wette, mit euch einer sieht uns. Bestimmt der Dumme. Und der sieht es und dann nutzt er ihn aus und nutzt die Kräfte für was ganz Böses. Ich wette es mit euch. Ja, da geht noch mehr, würde ich sagen. Machen wir was Großes hier. Das sind die gleichen Geräusche wie bei The Forest. Habt ihr es gehört? Oh oh, mir gefällt es gar nicht, diese Entwicklung, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das echt nicht gut. No, das ist schön. Menschen bei Katastrophen helfen. Sehr schön. Okay, und... Let's test your aiming system. Target in sight. Locked and loaded. Awesome! Okay, you're good. Now, let's spice things up a bit. Bring it on. Let's go. Holy shit. That was not a fair fight. That's right. What's next? That was some next level shit, Daniel. Thanks. I've been training on my own sometimes. I know I haven't been around a lot lately. I'm so excited. You didn't tell anyone, did you? No way. Why would I? Not even Finn? No. Jeez. You don't even trust me. Whatever. You better chill the fuck out, Daniel. I mean it. Oh oh. Why are you making a drama out of everything I say? Am I a bad big brother? Because I hang out with other people? You're always with them. That sucks. Oh come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Don't say that. Oh, I think he's running through. You know it's always you and me in, I know. I mean, never mind. That's it. Enough. You're being a brat. I can't say anything without you having a shit fit. We're family. That's right, but. He flips really over the whole time. We still have a long way to go. And we have to go together. Right? I know it sucks. But you have to grow up now. Daniel, stop it. Stop it, Daniel. No! I'm not a kid anymore. I think that's not good. Hallelujah. I think that's not good, guys. It's not good, if it's other people with me. I think I feel the problem. I think that's not good. He's… Any chips left? Dude, you scarfed the whole fucking bag. Have another hit. Yeah, yeah. I packed a fat ball. Say mal, da ist ein kleines Kind dabei. You're getting tired, babe. You're shenna me. You had a long, deft Alekdax. Wow. Oh nein, bitte nicht, ich will das nicht. Man, da ist ein kleines Kind und die kiffen und ziehen an der Bongs, das geht ein Abmann. Ich finde, die eine Freundin von ihr sieht aus wie die, die bei Life by The Last of Us 2... Das ist ein kleines Kind. Das ist ein kleines Kind. Nein! Nein! Das ist ein kleines Kind. Das ist ein kleines Kind. Kann die sich bitte auch mal ein bisschen weniger Breitbeinchen setzen? Das fände ich echt schön. Wenn ich es jetzt auch oft so da habe oder nie mit anderen Leuten da sind. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Ja, so ist es. Wir brauchen einen Wein, Mann. Nein, ich will nicht trinken! Nein! Nein! Cool. Muss ich rauchen oder was? Wie wollen die das doch, oder? Ich hoffe, die ganze Zeit anzuklopfen. Ich finde die super eklig. Ich weiß auch nicht, die ekelt mich richtig an. Ich bin nur ein paar Massen. Ich bin nur ein paar von hier und dann ein paar Farben. Wie hier einfach das ist. Er ist ja auch nicht so, wie wenn man die Kippen hat. Und so ist er auch nicht in der Zeit. Das ist die letzte Mal, wenn ich hiervehaut. Ich muss mich auf diesen PINY einfach halten. Ja, aber ich konnte ihn nicht kontrollieren. Das tut, Bruder. Das ist so, wie das passiert hier. Plus, der Mann braucht Medikation. Ich hoffe, er ist okay. Vielleicht werde ich ihn zu diesem Gehirn zum nächsten Mal. Wer weiß. Es ist ein kleines Wettbewerb. Ich habe ihn zurück, die er mir gebt. Alright. Bad Vibes, indeed. Und wir machen es schlimmer. Uhh, Jake? Please? Well, just don't laugh. I guess my worst memory is when I lost my faith. Yeah, you mentioned it. What happened? I used to be a sheep. A true believer. I was raised in Haven Point, Nevada. Small community. Jetzt müssen wir auch unsere Story erzählen, oder? Oh-oh, ich dachte, wir müssen noch mal erzählen. Ich bin so schwer. Sie ist... intense. Aber für einen Moment, Dinge... happened... und ich habe mich zu beden. Es kam zu mir. Es kam zu mir. Es kam zu mir. Ich konnte nicht die Antworten, die ich für mich war. Ich wusste die eigenen Leute. Ich weiß das Gefühl. Ich fühle mich so... lost. Ich wusste nicht mehr, was ich zu glauben. Ich wusste nicht mehr. 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 Nein, die will nicht. Nein. Aber wenn du etwas anderes hast... Nein, nichts überrascht. Wie bei mir? Du bist der Mann, die ich erwartete. Nein. Es ist nicht nur eine schlechte Erinnerung, aber es ist alles um meine Freunde. Ich fühle mich, dass ich alle aufbauen habe. Wie Noah und Lila aus Seattle. Ich habe Angst, dass er etwas sagt. Ich weiß, dass er nicht mein Freund mehr ist. Weil ich ihn lief. Aber mehr als alles, ich miss meine besten Freundin. Mein Vater. Jesus, little man. Das ist schwer. Ich bin so sorry, Daniel. Ich habe gesagt, ich hätte gewinnen. Du hast nichts gesagt. Das ist wohl gewissenswert. Du hast nicht automatisch gedraht. Du kannst nur mit dem Flögen. Wie eine... ... ein... ... ein... ... ein... ... ein... ... ein... ... ein... ... oder... ... kein... ...luch... ... Ich dachte, endlich. Seht ihr Leute, man kann die Vergangenheit nicht ändern, immer das Beste aus der Gegenwart machen. Die Sonne. Feet in the sand. Sweet ocean view. Wir wären eine große, f***ed-up, happy, dysfunctional Familie. Wir nur chillen und singen und trinken Cocktails aus Kokonuts. Nur was wir brauchen ist ein bisschen Geld, along die Weg. Und dann... Boom! Jesus f***ing Christ. Das ist dein Traum? Beach House und Kokonuts? Oh, uh... Too boring for you? Das klingt wie meine FOLKs-Retirement-Plan in Florida. Ich brauche nichts anderes... ... als was wir bereits haben. Sure, wir arbeiten unsere assen jetzt, aber... ... wir können es, wenn wir wollen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Synchro ist nicht deutsch, ihr müsst den Untertitel lesen, ihr seid nicht so faul. Also Leute, ihr entscheidet, mit Daniel schlafen gehen oder Haare schneiden lassen, ihr entscheidet. Ich habe einen neuen Stuhl, ja. Den könnt ihr auch gewinnen, das machen wir nächste Woche. Ihr entscheidet, Leute. Ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung. Daniel, Daniel, schlafen, schlafen. Okay, ihr sagt, alle mit Daniel schlafen gehen. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ich weiß, was wir auf der Läge passiert? Ja. Es hat mich ziemlich gut gemacht, als du gesagt hast, dass du nicht mehr so war. Ich meine, ich weiß, du nicht, aber ich werde es verlieren. I can't help it, Sean. Things are so different now. I miss my friends, my room, my playbots, everything. It all seems so far away now. I know I'm not always nice with you, but things aren't nice anymore. I know, but don't let this change who you are. I just wish I could have a normal life again and stop being so angry all the time. Hey, I'm sorry about your bad memory. Thanks. Don't worry. You'll make new memories. New friends. Starting now. You and Finn are best buddies. And you like Hannah, right? Yeah, that's true. Was meinst du denn, Mario? I just miss them all. Was süß, der hat hinten den Hund hingemalt. Noah, Lila, Mushroom, even Grandma and Grandpa. I'm just so tired of all this crap. I feel the same way, dude. It's okay. Just... don't feed the beast, you know? Yeah. You know, I still like it. But... it's kind of tight on me now. Yeah. You're too big for it. I am? But... I would like to hear about the Wolf Brothers. If that's okay. Okay. Just... don't tell the others. Oh, süß. Okay. Promise. All right. Get comfy. Where were we? Oh, yeah. The Wolf Brothers joined a pack of... hounds that roamed all over. Finally, the brothers had found new friends. But the little wolf wasn't so sure about the new pack. He didn't want his brother to run away with them. And so the little wolf would howl and prowl, not knowing what was going on. But he didn't know that nothing could ever separate the Wolf Brothers from each other. So schnell kann man einschlafen? Is doch ein Hohn. Ich kann das nicht. Das Spiel kam gestern raus. Also das Spiel schon länger, aber die Episode kam gestern raus. Und ich bin ein Life is Strange Fan, deswegen spielen wir es immer direkt an Release. Und wir haben so lange auf den Teil gewartet. Ich glaube drei Monate jetzt, gell? Drei Monate, Leute. Da haben wir gewartet. Danke, Julian. Freut mich. Oh, oh. 날sp Claire. When I'll be coming home Then I'll be at your door When I'll be coming home Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich weiß. Aber wir müssen ein Low-Profile halten. Versteh das? Für die Millionste Zeit. Nur warten wir hier für ein paar Minuten. Und nicht tun nichts. Nichts. Ich werde nicht. Ich versuche. Okay, wir werden gleich wieder. Aber wenn du alle aufs Zeit hast, wir sehen, wer gewinnt diesen Farm-Lotto. Ich weiß nicht, Meryl. Ich dachte, du wirst nicht lange dauern. Aber du hast alles gut. Danke. Cassidy, deine Trims waren ziemlich weig. Und Big Joe hat mir gesagt, du hast viel whinnt. Ich weiß nicht, Meryl. Du kannst alles alles, wenn du arbeiten kannst. Otherwise, du hast nur Platz. Also, zusammenkommen. Ich weiß nicht, Meryl. 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 Fynn, du hast die Pots in der Greenhouse. Und unsere Arten. Das ist der Grund, dass du immer zurückkriegst. Du kennst das, Boss. Äh, wie über eine Reise? Ja. Entschuldigung. Jetzt, für den Moment, die alle warten. Geld. Get in here, you little asshole. What the fuck? Don't touch me, jerk. Das ist kein Geld. Don't move. Now, explain. That sneaky fucker. He was snooping around your living room. No, I wasn't. I was just bored, so I came in. Ah. Shut up, Daniel. Seriously. Let him go. Shh. Ich glaube, er setzt seine Kraft ein und alle wissen es. Der Kleine nervt mich echt. Nein, das machen wir. Wir haben das Geld bekommen. Sean, du und dein Bruder sind gebetet. Was? Und nicht zurück, oder Big Joe wird dir gebetetet sein. Bitte, Meryl. Das ist blöde, Mann. Mann, ich weiß, dass du bist, aber Sean ist ein guter Worker. Sie haben nie einen Verlust, nicht wahr? Sir. Quiet! Shut the fuck up. Sean, ich sage dir. Was heißt das? Wollen die nicht schlagen? Big Joe. Jetzt wird es hässlich. Ich wusste, dass es irgendwie jetzt übelst den Plottwist wieder gibt. Jetzt haben es alle gesehen. Jetzt haben es alle gesehen. Jeder weiß, dass er die Scheißkräfte hat und jeder wird es ausnutzen für sich. Das wird jetzt richtig übel werden, Leute. Big Joe und das kleine Kind hört uns ja total weird an, ey. Wow, Gott, ey. Ja, scheiß, jetzt haben es alle gesehen. Fuck, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist immer die Zeit. Man. Day. So, Sean, maybe this shit is in your DNA, too. Do you have a superpower? Nada. Zero. Nothing. Trust me. I tried. Really? When? Aber du kannst ihn vertrauen, glaubt ihr? Damn, you're so unique, Daniel. Stimmt. Einer wird reden, ich weiß es. Morgens fühle ich mich auch, ja. Oh-oh. Oh-oh, gefällt mir nicht. Oh nein, es war so klar. Oh, nein. Oh, nein. What the fuck are you talking about? Meryl's safe. It's like a fucking ATM. I've seen it. Me too. In the back of the room. How you outlaws gonna get the combination? Me? No fucking way, Finn. Don't pull a kid into your stupid shit. Well, getting a shitload of cash isn't stupid. We can get out of here. So you can be a beach bum? You're so selfish, man. How? Sean and Daniel are out of work. They deserve this. And ripping Meryl off is the only way to do that? Really? And with a fucking kid? You know these assholes are armed, right? I don't know what's going on, guys. 100%. Der wird jetzt den kleinen beeinflussen und dann geht er wirklich die Scheiße ab. Ja, genau. Ganz verzifft. Oh Gott, Leute, ey. Das wird noch richtig ätzend. Ja, aber echt, man. Ja. Ja. Der hat sowas von was vor. Have a seat. Have a beer. To our last night together. And to your next adventure. Uh-oh. Uh-oh. So, what are you going to do next? Heh. Figure out what I'm going to do. Me and Daniel are homeless again. Well, heh, heh. When I got out of jail, I had nobody but me. My brothers were still in the joint. Heh. They still are. I stayed with a friend. Nobody could find me. Yeah, then I just said, fuck it. Took off. Heh. That was it, man. No more family. Just me. Always trying to find a new daddy. Or new bros. Yeah. Stupid. I knew. I had to cut everything off. Start over all for myself. That's what you're doing. You're starting all over. And now, you just gotta take the next step. to build a something for you and Daniel, right? I know you're right, Finn. It's just a fucking lot to think through. Hallo, Crazy Laura. Da will mich jetzt überzeugen. No, it's not. You just gotta trust your gut, Sean. Life will follow. Yeah. Oh, he's gonna be alright, laddie. Hey, you, uh, have enough cash for the trip? I doubt it. But we'll see. Hey, it's bullshit. After all this. You deserve the lotto for life. Seriously. How are you two gonna get to Mexico? Hitchhike? Walk? Hey, just hear me out, man. There's only one way out of this for you. One way to hook yourself up. Listen. We got this, Sean. Daniel can open that safe with his eyes closed. Come on. No, Meryl's probably wasted. Like, every night. You guys can get to Puerto Lobos in style with a nest egg. You don't want Daniel to be homeless anymore, right? Huh? Then let's do this. I wouldn't let you in on this, if I had any doubt. Okay, Leute, it's eure Entscheidung. Ich entscheide da gar nichts. Sollen wir den Safe knacken oder nicht? Ich entscheide gar nichts. Nein, nein, nope. Alle sagen nein. Nope, 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 nope. Nein, okay. Ich würde auch sagen, ich kann es nicht. Okay, sehr gut. Wir fühlen uns, Knus. Wir fühlen uns. Ich kann es nicht, Finn. Nein, warte. Es ist zu gefährlich für Daniel. Nein, Daniel ist der gefährlich. Niemand kann ihn sogar noch nicht touchieren. Du kennst es. Ich habe gesagt, nein. Ich glaube, du bist auf uns, weil du nicht bezahlt hast. Ich würde auch. Ich bin so sorry, aber... Okay. Okay. Keine Worte, Mann. Ich liebe deine Entscheidung. Ich wollte dich helfen. Und Daniel. Ich liebe dich. Der verrät dir irgendwas macht er ja. Der holt sich jetzt... Der holt sich jetzt das Kitt. Der holt sich jetzt den Kleinen und dann geht die Scheiße ab. Die Bierflasche ist gerade geflückt. Oh, ich möchte nicht, dass das passiert, was ich denke. Ich will nicht, dass sie mit uns kommt. Um, warum nicht wir mit uns kommen? Ist das... Are you serious? Ja. Warum nicht? Das ist so sweet, Sean. Aber ich bin nicht verletzt für das Leben. Ich kann nicht in der gleichen Ort. Ich muss mich, sehen, sehen, leben. Und... Das ist... was is me bumming around with you two whoa down fuck that shit it's fiesta time even if it's our last night here we'll meet again shang one thing i learned traveling is how small the world is we already met twice why not more even if we don't we'll be fucking cool memories in each other's mind yeah maybe but the best way to remember somebody is a tattoo a tattoo ready wait are you serious god damn right this is like your initiation ritual don't be scared cas is here ich will kein tattoo sounds cool but peter flasche flippt hat jemand ein clip erstellt süß ich will kein tattoo ist auch voll unhygienisch mit nicht desinfizieren und so this is for life and all i can't do it on a win you know it's okay i'll just need to find another victim for the night you think daniel would enjoy a tramp stamp just kidding just kidding anyway i get that you don't want a tattoo to each his own i like your clean city boy look don't lose it sean thanks yeah thanks i mean it don't mess hey you know what i think i'll have a swim in the lake now ja viel spaß allein nein die gehen da nicht hinterher nein wo bist du die will nicht nein kann ich schlafen gehen mann ich muss da hin leute ich will nicht ihr freut euch jetzt natürlich alle ne mann ich will nicht muss das sein scheiße ich muss es tun ich kann nicht anders öffne den rucksack und überprüfe die ziele ist etwas ein kondom drin oder was gibt es kein ziel ich muss jetzt zum scheiß see ich will nicht ich fühle mich voll vergewaltigt ich will nicht oh nein bitte nicht hier alle im chat soll so nein ui bitte nicht leute es wird ganz übel werden ja da geht seine flinte jetzt ab oh man bitte lass dich angezogen ich habe nicht lust dass die jetzt nackt baden gehen nein 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 kerle man kann auch von vorsamen schwanger werden leute ich will nicht darf ich nein sagen na klar habe ich einen youtube-kanal saftiges kno und verspültes kno da knacken wir bald die halbe millione na los mache es auch mann nur die sich hasse euch ich will gar nicht sehen ok ihr wolltet es so der zieht sich ganz nackt aus lass doch deine hose an alter ich weiß warum der teil ab 18 ist das hätte von mir sein könnten jetzt ist der chat auf einmal wieder aktiv finn acts like this is no big deal but this feels bad plus i don't want you guys to get in any more trouble yeah tell that to daniel he's gonna be pissed he's your brother he'll listen to you finn wants to take care of us but but he doesn't always see other people it's all about him i know i feel bad for ruining his dream he'll rage for a while for sure he likes you yeah but uh what do you mean don't worry about it too much he doesn't cool i just don't want things to get weird between any of us ah no way sean you're too sweet for anyone to get mad at you don't get me wet that's what he said that's what he said crack me up sean diaz you're so edgy i'd rather be an edgy mexican than a crazy texan hillbilly jack okay oh oh bitte tut nichts nein hau ab Nein, mag ich nicht. Du machst mich nur verdammt nochmal an. Okay, gut, Leute, wir hatten Glück. Hat es hervorgebracht jetzt. Oh nein. Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Ich wusste es nicht, aber... Kann man auch so dumm sein und den Kleinen da einfach... Ich glaube, jetzt geht es ab. Das war doch so klar, Mann. Zumindest ist sie nicht mehr eklig, sondern gewaschen. Ja. Ja. Was? Jetzt will ich das jetzt zu. Oh Gott. Mit Cassie, die ganz süß. Ja, sie ist ja schon nett und so, aber ich finde halt einfach, sie wirkt halt sehr ungewaschen. Ich muss wetten, ich muss den Scheißschlüssel jetzt klauen. All the doors are locked, but we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck, just in case. Hot damn, Sean. I fucking love it. Plus, we could, uh, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. Sean, I checked the car. The door is locked. Of course. Keep looking around. We need to find a way to open that truck. No, genug Hälbchen, süß. Ungewaschen. No, dankeschön, Spillox, voll süß. I can wreck that engine. If I can open the hood. Oh. Ach, natürlich hat sie auch ganz viel Werkzeuge für mich. Ich mag ihre Haare nicht so. Ja, ich auch nicht. God damn it, Daniel. I should have seen the signs. Dumbass. Forget it. Nehmen. Ich hab zwar nicht aufgepasst, aber egal. Hallo, guck. Gar kein Problem. Ich lade die Folge hier auf meinem Zweitkanal hoch. Alles gut. Okay, ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Metallkaste. Was ist das? Ist da vielleicht noch irgendwas drin? Nothing over here, man. Da haben wir auch nichts mehr. Ich glaube, ich hab ja alles. Ah, hier ist noch was. Ja, das ist echt dumm. Ja, das dachten wir auch, als sie bei dem See waren. Aber ich dachte mir, das werden sie jetzt nicht tun. Aufbrechen. Aufbrechen. Oh Gott, lass es nicht zu laut sein. Mann, viel zu laut. Oh nein. Oh, Glück gehabt, Mann. Patronen? Klebeband? Brauche ich alles nicht, oder wie? Auf jeden Fall haben sie Waffen, ne? Okay, ich glaube, das war's. Ja, ich hab's gesehen mit der Flip-Tasche. So, jetzt mach ich sein Auto nicht fahrtüchtig. Okay. Das ist was er gesagt hat. Das kann ich noch machen. Das kann laut werden, Leute. Konzentration jetzt. Okay. Dann zerstechen wir den auch noch. Komm, wenn wir schon dabei sind. Du, die Brille steht dir echt. Ach, ist die Brille echt? Ja, die ist echt. Spannung. Okay, ich glaube, wir können jetzt abhauen. Oh oh. Oh oh, nein, ist viel zu laut. Nein, ich wollte sie tun. Hier geht's. One. Two. Hey. Hey, Dekas. You're all my fucking process. Shit. He's fucking coming. Let's go. Ah, fuck, 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 fuck. Können wir aufs Auto fahren? Hätten wir es vielleicht mal davor klären können? What the hell? He'll be honest in any second now. Fuck, Sean, you did it. Let's get out of here. Drive. Wie es ihn halt einfach mal nicht juckt, ey. Dankeschön, Leute, für eure Komplimente. Ist ja nett wegen der Brille. Ihr seid so süß. Danke, meine kleinen Furzis. I'm tired. I don't like this shit at all. Yeah. I just want to get this over with. Hallo, Madina. Ich hab irgendwie im Gefühl, dass einer von uns sterben wird. Und ich glaub, die Tussi stirbt. Was glaubt ihr? Es stirbt doch bestimmt irgendjemand, oder? Irgendwas kommt doch jetzt. Oh, Finn ist out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy. And stupid. We gotta catch him. Also, dass hier keine Wachen sind bei so einer fetten Handplantage und wir hier mit Licht rumlaufen können, wundert mich. I just don't know, if we can ever trust Finn after this shit. I wouldn't. Hannah is gonna go ballistic. Guess you have... Oh. Er geht da einfach rein. Shit. You scared the shit out of me. Good. What the fuck are you doing? Didn't we settle this, man? Shhh. You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And use a fucking kid? He's nine years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in five minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Oh, nein. Ihr dürft entscheiden. Tun wir es nie im Leben. Ihr entscheidet. Oh, Gott. Äh, gestörte Ente. Ja, das kommt morgen auf den verspieltes Kno-Kanal. Knoo ist nein, nein, nein. Knoo. Okay, die meisten sagen nein. No, wie süß, Mann. Und die Community von Knoo ist die beste. Ihr seid also nett. Ja, dafür liebe ich euch. Okay, wir machen es nicht. Die Community hat entschieden. I said no fucking way. Sean? Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No. Why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No. I'm sick of all this. For weeks. You just hang out with her. It's all your fault. What the fuck are you doing? What the fuck? The fuck are you doing here? Shit. Don't move. Don't shoot. What the fuck? How many are you? Just us. It's just us. All right. Move your essence over there. Now. Meryl. Uh, boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? My guy didn't know. I gave you Punk's work, what nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn. I told you about it. Shut up. This is how you repay me? Stealing from me? No, no. It's not about you. I thought you were different. Smart. But you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Thief and brother of the year. Nice. What now? What now? You're all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy. Or painless. Okay. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit. Don't do this. Don't. Come on, sir. We... We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Gehorchen, diskutieren. Ihr entscheidet. Also jetzt solltet ihr echt gut entscheiden. Jetzt solltet ihr gut entscheiden. Alle sagen Gehorchen. Okay. Nulli sagen Gehorchen. Geangriff. Okay. Gehorchen. Do what he says. Don't worry. Die dummen. Die sind so dummen. We're on our knees, okay? Meryl? No. Finn. Just do it. Don't break my balls now, kid. Daniel. You got this. Don't move. Just get on your damn knees. Yeah. Now. He can't do this. Don't fucking move. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. Irgendwo kann ich hier auch verstehen. I have a family to look after, too. I gotta protect them first. I can't let you play me anymore. You shot. Nichts tun, Daniels Kraft. Ihr entscheidet. Go, Gnudis. Go. Go. Ja, das stimmt. Deswegen lasse ich euch entscheiden. Nichts, Daniel. Kraft, 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 Kraft. Echt? Ihr wollt alle Kraft. Alter, Gnudis. Okay. Alle Kraft. Auf geht's. Er hat noch eine. Er hat noch eine. Er hat noch eine. Jemand wird sterben. Jemand wird sterben. Stop. Oh, my God. Fuck. No. No. Ah. Die. Oh. Oh. Mon. oh no scheiße das war unsere schuld genau das war eure schuld es tut so gut zu sagen das ist eure schuld war weil ich habe mich nicht entschieden what the fuck das ganze geld aber jetzt muss euch das sagen Ich dachte mir auch, like it, selbst da liegt sie breitbeinig da. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da bin. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da bin. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da bin. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da bin. Ich dachte mir auch, wie ich sie breitbeinig da bin. Aber jetzt sind wir alle tot. Cassie wurde verletzt, Cassie wurde nicht verletzt. Du hast Meryl alarmiert. Du bist Meryl geschlichen ohne bemerkt zu werden. Das hätten wir auch schaffen können. Okay, jetzt gucken wir an, was geht. Okay Leute, los. Ich will jetzt einen Teaser haben. Das ist es, son. Du bist Toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Wo ist der Kleine? What the fuck? Es dauert jetzt wieder 100 Jahre, Leute, bis die nächste Episode kommt. Also das heißt, ich bin allein. Der Kleine ist weg. What the fuck? What the fuck? Ja Leute, das war Life is Strange 2 Episode 3. Ein unerwartetes Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Da schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wie es weitergeht. Ich glaube, die Mutter spielt noch eine wichtige Rolle. Und ich glaube, die Mutter wird auch noch kommen. Weil die Mutter ist, bin ich immer noch der Meinung, ist gegangen, weil sie auch diese Kräfte hat. Könnt ihr gerne mal eure Theorie in die Kommentare schreiben. Auch wie ihr glaubt, wie es weitergeht. Würde mich sehr freuen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und Ade mit E. War. Schön. ừ, für uns, willkommen. Auch hinzu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.